Dass die Migranten subsummiert werden unter dem Stichwort Muslime, unter dem Stichwort Islam. Und das auch natürlich mit einer ganz klaren Stoßrichtung. Diesem Narrativ, was dann häufig aufgemacht wird, widersprechen, dass das primär daran liegt, dass irgendwie den Muslimen was inne ist, dass sie, was weiß ich, so einen durch und durch autoritären Charakter haben, dass es daher kommt. Dann wird immer gesagt, dass es ein verrückter Einzeltäter, irgendein Irrer, der probiert, seinen Fanatismus jetzt auf den guten, den gewaltlosen, den harmlosen, den friedliebenden Islam zu übertragen. Genau deswegen sehen wir ja auch, wie diese großen Moscheeverbände hofiert werden und warum man kein Problem jetzt direkt damit hat, dass sie so konservativ, so reaktionär eingestellt werden. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Hierzulande wurde sich angefreundet mit der eigenen christlichen Vergangenheit, mit den Streitigkeiten zwischen Katholiken und Evangelen, mit dem eigenen Antisemitismus und jenen, die als Überlebender dieser als jüdische Gemeinde in Deutschland leben. Nur mit der dritten der abrahamitischen Religion, dem Islam, wird man von radikaler Linker bis zum rechten Rand nicht so wirklich warm, wenn nun über diese Religion, ihre Glaubensgemeinschaft, ihre Rituale gesprochen wird und vor allem ihre Rolle im deutschen Staat verhandelt wird, nennt man dies die Islamdebatte. Diese zieht sich von kleinen öffentlich-wirksamen Scharmützeln deutschnationaler Wirrköpfe mit muslimischen Jugendlichen bis in die Primetime-Talkshows des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber was bedeutet das eigentlich für die vermeintlich Beteiligten? Durchleben wir hier wirklich einen letzten großen Kulturkampf? Welche Interessen versuchen die einzelnen Akteure in diesem Streit durchzusetzen? Und natürlich, wie sieht unser aller revolutionäre Perspektive darauf aus? Ja, und das alles werden wir in der heutigen Folge Nummer 82 von über Tage versuchen zu klären und auch noch in einer weiteren Folge. Zuerst beschäftigen wir uns nämlich heute mit der Islamdebatte allgemein, um die gesellschaftlichen Kräfte und Kämpfe zu klären. Und danach begeben wir uns zu der radikalen Linken, nämlich zur Islamdebatte und der Linken, um zu schauen, wie diese Realitäten dort dann aufgenommen werden, sich widerspiegeln und vielleicht sogar revolutionär aufgelöst werden können. Ja, ich bin richtig glücklich, dass wir jetzt endlich mal dieses Thema hier behandeln werden. Wir haben lange darüber geredet. Es ist auf jeden Fall einer der Top-Themen auf unserer Liste letztendlich. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass es ein heißes Eisen irgendwo ist, über das jetzt sehr wenig Projekte sprechen, über das sehr wenig generell eigentlich in der radikalen Linken geredet wird oder auch wirklich tiefergehend geredet wird. Und wir probieren uns dem einfach heute so ein bisschen anzunähern, überhaupt mal diesen Diskurs, der da läuft, zu begreifen und einzuordnen. Und das ist uns unfassbar wichtig, weil wir probieren ja auch immer gerade zu den Themen zu sprechen, zu denen eben nicht viel gesprochen wird. Die Leerstellen sind und das sehen wir einfach als eine sehr, sehr große Leerstelle. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwo in Ostdeutschland lebt, dann ist vielleicht das Thema nicht so groß und relevant, wie es jetzt für uns in Westdeutschland der Fall ist, speziell im Ruhrgebiet der Fall ist. Und für uns gehört es einfach zu unserer sozialen Realität dazu, dass der Islam eine wichtige Rolle im Alltag und im Leben der Menschen, unserer Region erfüllt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Und nicht nur aufgrund dieser Grundlage, sondern auch, weil das ja ein gesellschaftlicher Diskurs, so eine riesige Frage ist. Also wo alle Kräfte im Prinzip darüber reden, eigentlich bis auf die radikal Linke so gefühlt, reden alle über dieses Thema und es kommt immer wieder auf. Und darum geht es ja auch, diesen Diskurs zu verstehen. Und ja, das freut mich einfach, dass wir jetzt mal dazu kommen. Das kann ich natürlich auch genauso nur unterschreiben. Wobei mir auch wichtig dabei zu betonen ist, das war ja auch schon, als wir im Stream das Ganze angesprochen haben, dass wir nicht einfach nur eine Folge zum Islam machen, sondern wirklich explizit eben zur Islamdebatte. Und du hast auch gerade schon angesprochen, wir wollen uns eben dieser gesellschaftlichen Diskussion darum widmen und nicht einfach nur dem Islam als Religion. Es ist ja so wie mit anderen sehr kontroversen Themen, die er immer wieder von uns eingefordert hat. Da war ja auch immer der Nahostkonflikt und Antideutsche, so ein Riesending, bis wir uns dann auch dazu entschlossen haben, diese Folge dann selber zu machen. Aber auch da ging es uns ja darum, wir wollen nicht wieder einfach nur aufgreifen, wie dann immer darüber gesprochen wird. Weil für uns ist es jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich dir natürlich zustimme, eine Leerstelle allgemein, dass das irgendwie nicht behandelt wird, sondern es wird nur immer sehr merkwürdig über dieses ganze Thema, auch an der radikalen Linken gesprochen, wenn es denn behandelt wird. Und es findet einfach nur in sehr gängigen Bahnen statt. Und das ist eher das Problem. Ähnlich ist es auch gesellschaftlich. Es ist ja gerade, wie wir gleich in der Islamdebatte merken werden, nicht so, dass irgendwie in der deutschen Gesellschaft man jetzt ein absolutes Blatt vom Mund hat und man wird zensiert, wenn man irgendwie das Thema Islam anspricht. Es wird sehr viel darüber gesprochen, aber wenn man sich das doch dann anschaut, dann werden entweder ganz andere Sachen gesagt oder wenn man es sich dann am Ende anguckt, so wirklich viel von der Klärung kommt da nicht raus. Warum es da keine gesellschaftliche Klärung geben kann und warum das auch wirklich alles nichts mit irgendwie einer emanzipatorischen Auflösung, mit einer revolutionären Auflösung von dieser ganzen Debatte zu tun hat, das werden wir uns ja dann gleich anschauen. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich denke, diese ganze Logik von, dass es dann vermeintliche Sprechverbote oder vermeintliche Sagverbote gibt, das ist ja sowieso ein sehr starkes rechtes Narrativ, was einfach so in der Form nicht existiert, sondern es gibt einfach sehr eingeengte Diskurse zu bestimmten Thematiken. Da braucht es auch, denke ich, ein bisschen Mut natürlich und ich sage euch auch ganz ehrlich, für uns ist es auch eine Sache, uns jetzt hier hinzustellen, zu dem Thema zu diskutieren und zu sprechen. Da haben wir uns auch lange viel Gedanken darüber gemacht und lange so ein bisschen drumherum gedrückt, weil es eben auch was Besonderes ist an der Stelle. Ich meine, welche anarchistische Gruppe, welches anarchistische Projekt hat in Deutschland mal was zum Thema der Islamdebatte gemacht? Also ich weiß, dass wir mal vor einigen Jahren mal so ein paar Thesen aufgestellt haben, die dann bei uns im anarchistischen Zentrum diskutiert haben, solche Geschichten. Das gab es mal. Ich glaube, diese Diskussion mit den Thesen, die ich da damals geschrieben habe, glaube ich, dreimal oder so veranstaltet habe, weil die immer wieder dann ausgepackt werden sollten dazu. Genau. Aber sonst ist es einfach wirklich sehr, sehr wenig und von daher ist es einfach wichtig, denke ich, dass es auch mal eine anarchistische Stimme zu der Thematik gibt. Und da wollen wir, denke ich, auch nicht mehr weiter um den heißen Brei herumreden, sondern jetzt auch dann zu Potte kommen. Und zu Potte kommen heißt in diesem Fall, dass Joshua euch jetzt mal zur Einleitung dann doch etwas ganz Allgemeines zum Islam erzählen wird, weil wir müssen ja auch irgendwo einen Anfang finden. Wir müssen ja auch, um uns dieser Debatte annähern zu können, erstmal eine allgemeine Definition und eine allgemeine Herleitung formulieren, was der Islam ist, was ihn auszeichnet. Und da steigt Joshua jetzt mit euch ein. Der Islam ist eine abrahamitische und monotheistische Religion, also auch in einer engen Verwandtschaft zum Judentum und zum Christentum, ist nach der christlichen Zeitrechnung eben im 6. Jahrhundert entstanden, nach islamischer Zeitrechnung, da gibt es auch einen eigenen Kalender, im 0. Jahrhundert, wenn man das so sagen kann, und bezieht sich auch auf Teile des Alten und Neuen Testamentes, aber hat mit dem Koran eben eine eigene heilige Schrift und auch die einzige, die so gesehen als heilige Schrift und Wort Gottes dann anerkannt wird und in dieser dann auch von christlichen und jüdischen Dogmen abweicht. Ja, in der rasanten Geschichte des Islams entwickelte sich dieser dann eben von einem lokalen Phänomen in der arabischen Wüste, der arabischen Halbinsel, zu der Weltreligion, welche er heute ist. Natürlich kam es auch auf diesem doch sehr steinigen Weg dazu, zu einigen und etlichen Spaltungen, wohl die bekannteste ist eben zwischen dem schiitischen und dem sunnitischen Islam, die sich dann eben auf die Streitigkeiten um die Nachfolge Mohammeds bezieht, danach aber auch noch religiös bedeutende Spaltungen und Änderungen dann eben auch in den jeweiligen Dogmen bedeutet hat. Ein bekanntes Beispiel ist dann eben im schiitischen Islam die Verehrung der verschiedenen Imame und dann auch zu unterschiedlichen Ausprägungen die Idee, dass es und auch der unterschiedlichen Auffassung, ob es dann zu einer Nachfolge Mohammeds noch zu den Lebzeiten der Gläubigen gibt. Natürlich gibt es dann auch unterschiedlichste, kleinere Fragen, die dann in verschiedenen Abspaltungen geklärt werden. Da können wir jetzt auch nicht in der ausreichenden Länge drauf eingehen. Andere Abspaltungen sind dann noch verschiedene Mardi-Bewegungen, also die dann sagen, dass eben jetzt der letzte Prophet auf der Erde gefunden wurde. Da ist ein aktuelles Beispiel die Nation of Islam, die vielleicht manche von euch aus den Vereinigten Staaten kennen, wobei da auch wieder angezweifelt wird, ob die wirklich zum klassischen Islam gezählt werden sollte. Verschiedene mystische Sufi-Schulen, die dann eben ein mystisches, teilweise esoterisches Verständnis von der Religion haben. Spannend sind dann auch noch die Koranisten, also die alle Texte außerhalb des Koranes ablehnen, weil es gibt ja auch noch eben mit den verschiedenen Haditen dann eben Überlieferungen von den Taten des Propheten Mohammed oder auch anderen Personen, also seiner Gefolgschaft, wo es dann darum geht, dass man daraus dann eben verschiedene Verhaltensregeln ableiten kann, um es eben den Propheten gleich zu machen. Die Koranisten lehnen genau das dann ab und das bedeutet dann beispielsweise eine Ablehnung von Priesterschaft, eine Ablehnung von Strafen für Blasphemie, für Abkehr und auch unterschiedliche religiöse Gebote bezüglich Kleidung, Körper, Beschneidung, keine Geschlechtertrennung in Moscheen und im Alltag, wobei es da natürlich auch nochmal jeweilige Unterschiede je nach Region und Schule gibt. Spannend sind dann auch nochmal Abspaltungen, die gar nicht mehr von den meisten Muslimen zum Islam gezählt werden. Dazu zählen beispielsweise dann die Drusen, die dann eher ein synkretisches Verständnis von ihrer Religion haben, wo dann unterschiedliche Anteile zusammengeführt werden und sehr stark von klassischen islamischen Dogmen abweichen. Also es gibt circa 1,9 bis 2 Milliarden Muslime, also circa ein Viertel der Weltbevölkerung, was immer noch deutlich hinter dem Christentum mit 2,8 Milliarden Menschen ist. Trotzdem ist es eine sehr schnell wachsende Religion. Ja, die meisten Muslime leben vor allem in Südasien und Indonesien, in Nordafrika und Westasien, etwas weniger in Sub-Sahara-Afrika und in kleinen Gemeinschaften in Amerika und natürlich auch in Europa, hier vor allem länger verwurzelt in Albanien, Bosnien, dem Kosovo, Tschetschenien, Dagestan und Ingushetien. Und worüber wir heute natürlich vor allen Dingen sprechen werden, sind die Diaspora-Gemeinden, die sich aus dem nach dem Zweiten Weltkrieg zugewanderten Menschen in Westeuropa zusammensetzen. In Deutschland gibt es grob, das ist natürlich sehr variiert, immer von Jahr zu Jahr relativ stark, 2.350 Gemeinden mit 5,6 Millionen Muslimen. Und die setzen sich so zusammen, dass 73% Sunniten sind, 7% Aleviten und 4% Schiiten. Und wir haben jetzt mal die drei größten Verbände rausgesucht und ich finde, das sagt auch schon eine Menge darüber aus, wie die muslimische Gemeinschaft in Deutschland so positioniert ist. 900 Gemeinden und damit am allerstärksten vertritt Didib. Didib ist der Moscheenverband, der eben der Türkei nahesteht. Dann kommen gleich auf ungefähr Milligörisch und Verband der Islamischen Kulturzentren mit jeweils 300 Gemeinden. Und auch bei den beiden kann man eigentlich sagen, dass es relativ stark islamistisch geprägte Strukturen sind, von denen auch, man muss jetzt nicht so viel halten auf die Einschätzung vom Verfassungsschutz an solchen Stellen, aber trotzdem sagt es ja auch ein bisschen was darüber aus, dass dort sehr viele Gemeinden, die auch darin zusammengefasst sind, vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und danach kommen eben noch eine Reihe von anderen Verbänden, die deutlich kleiner sind, die dann alle so in dem Bereich so um die 100 herum verfasst sind. Die größte liberale muslimische Gemeinde sind eigentlich die Aleviten. Die haben so um die 160 Gemeinden bei sich organisiert. Und dann gibt es eben noch so völlig unbedeutende Organisationen wie die liberale islamische Organisation. Das fanden wir ganz witzig bei der Recherche zu der Folge, dass die, soweit wir das gesehen haben, gar keine eigenen Räumlichkeiten hat, sondern nur in fünf Städten einmal im Monat so ein Treffen anbietet. Dementsprechend scheint ihre Bedeutsamkeit auch zu sein. Ja, zwei Sachen, die man an dem Punkt noch anmerken muss. Zum einen ist es so, dass nicht alle Muslime in Deutschland in Gemeinden organisiert sind. Tatsächlich ist die Zahl da recht gering. Also da bewegt man sich, glaube ich, so zwischen 10 und 20 Prozent. Die Schätzungen sind auch nicht sonderlich genau. Was natürlich bedeutet, dass es sehr viele Muslime in Deutschland gibt, die einfach nur hier und da mal Gemeinde leben, konsumieren oder ganz außerhalb von den Gemeinden religiös leben oder auch eben nicht religiös leben. Und deswegen sind natürlich, da werden wir auch gleich nochmal draufkommen, ist ein großes Problem, dass diese Moscheeverbände die Vertreter von der muslimischen Allgemeingemeinschaft in Deutschland sind, weil sie ganz eindeutig nicht für alle sprechen, so wie eben die Landeskirchen in Deutschland auch nicht alle als christlich eingestuften Menschen hier repräsentieren. Zum anderen noch bezüglich der Aufteilung von den Muslimen in Deutschland, den Sunniten, Aleviten und Schiiten. Wie vielleicht manche von euch auch so ein bisschen gemerkt haben, auch bei den Gemeindeverbänden, ist es ja so, dass türkische Muslime immer noch die größte Gruppe stellen und deswegen natürlich sich auch viel von der lokalen Politik, von der lokalen Aufspaltung da niederschlägt. Und weil es gerade auch von uns nicht erwähnt wurde, vielleicht nochmal eben kurz die Einschätzung, da viele von euch sich ja vielleicht wundern, ja nur 4% Schiiten und das ist die wichtigste Spaltung, ist es auch so, dass allgemein auf der Welt nur circa 15%, da gibt es auch wieder unterschiedliche Schätzungen, der weltweiten Muslime Schiiten sind, weswegen sich das natürlich hier auch niederschlägt und einfach es viel relevanter war, dass es eben Einwanderungen aus sunnitischen Gebieten gibt. Ja, ich finde das sehr wichtig, was du sagst, das anzumerken zu dieser Statistik, dass nur 10% der Muslime entsprechend organisiert sind in diesen Moscheegemeinden, aber wenn man sich das halt auch anguckt, diese drei größten Gemeinden stellen dann zusammen 1500 Gemeinden von 2350. Also es ist eine unfassbare Macht, die von diesen drei Verbänden ausgeht. Das sind also explizit islamistischen Tendenzen zumindest sehr nahestehende Strukturen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist, denke ich, ein riesiges Problem und diese Strukturen werden ja auch entsprechend finanziert. auch Dideb natürlich aus der Türkei. Dideb ist aber gleichzeitig natürlich auch der Hauptansprechpartner für den deutschen Staat und darüber wird das entsprechend auch gefördert. Aber auch die anderen Strukturen werden natürlich auch von dem Iran oder von Saudi-Arabien und so weiter unterstützt. Aber dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Kernpunkt unseres Themas und zwar der Debatte um den Islam in Deutschland. Ja, und das ist ja genau eben nicht eine Debatte, wie häufig angenommen, die primär von Muslimen mit dem restlichen Teil der Gesellschaft geführt wird, sondern häufig eben eine von unterschiedlichen Parteien und in Zivilgesellschaft aktiven über die Rolle der Muslime und ihrer Organisation für den deutschen Staat. Primär beteiligt, dann eben von islamischer Seite an diesen Diskussionen sind meistens nützliche Stimmen für das eigene Narrativ oder auch mit den großen Moscheegemeinden eigene Organisationen mit eigenen Interessen. Und das bedeutet dann eben, wie wir gerade schon gesehen haben, primär DITIB-Milli-Görrisch. Okay, was sind also die Punkte, über die wir jetzt gleich reden werden in der Debatte? Wir werden erstens über die Frage der Migration reden, zweitens über die konservative Kraft, drittens über den politischen Islam, viertens die Oma als geopolitischer Feind und dann geben wir noch einen kleinen Ausblick auf den zweiten Teil, der euch dann später erwartet. Beim ersten Punkt der Migration, das ist, denke ich, natürlich ein Thema, was sehr, sehr stark von den politischen Rechten aufgegriffen wird, weil nun mal ein hoher Anteil der Menschen, die nach Deutschland emigrieren, aus muslimischen Ländern kommen, gar nicht unbedingt alles Muslime sind, aber das wird ja dann eher alles subsummiert, alle Leute, die irgendwie aus entsprechenden muslimischen Ländern kommen, werden dann einfach als Muslime verallgemeinert, und hier gibt es also auch einfach eine Gleichsetzung von den teilweise existierenden Problemen, die logischerweise durch auch Migration entstehen, mit dem Islam an sich. Hier gibt es also mittlerweile so ein Narrativ, was aufgebaut wurde, dass der Muslim so eine Art von schlechter Migrant ist, ein Migrant, den man eigentlich gar nicht haben möchte. Ich denke, man kann das auch tatsächlich ganz gut an der herrschenden Migrationspolitik auch so ein bisschen sehen. Also wenn man jetzt sich anguckt, welche Behandlungen die ukrainischen Geflüchteten bekommen, also weiße Geflüchtete bekommen, und die ganzen Geflüchteten aus Syrien bekommen haben, da ist doch ein erheblicher Unterschied zu sehen, ein dramatischer Unterschied zu sehen. Das will ich jetzt natürlich nicht aufmachen, in dem Sinne, was nehmen die sich raus, die Ukraine oder was weiß ich, wie dann auch wieder die Reaktion teilweise ist, sondern ist es halt eben richtig abgefahren, dass halt diese Ungleichbehandlung stattfindet, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von vermeintlicher Religion. Und daran sehen wir auch ganz viel schon von der Ideologie, die also in dieser Frage, in diesem Diskurs, zu dieser Thematik eine zentrale Rolle spielt. Ja, und das ist natürlich was, was sich nicht nur primär eben gegen Muslime als schlechte Migranten richtet. Da gibt es ja sehr große Abstufungen. Es gibt natürlich auch generell gegen einfach Menschen aus unterschiedlichsten Staaten, dann rassistische Ideologien, warum dort dann eben gesagt wird, nee, das wollen wir nicht für Migration, sei es jetzt für Menschen aus Südosteuropa, sei es jetzt für Asien, sei es für Afrika etc. Das unterscheidet sich natürlich, aber man muss schon sehen, dass die Frage von Islam und Migration, vor allem eigentlich nach so der Wiedervereinigung, beziehungsweise Annexion der DDR, Hör da gerne nochmal unsere Folge Annexion der DDR rein, es zu einer absoluten Zunahme eben von diesem Narrativ kam. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich das anguckt, das war jetzt diese ganze Thematik Islam gar nicht so relevant bei dem Rassismus, der damals bei der Migration von eben den Gastarbeiterprogrammen passiert ist in Deutschland, sondern da war es einfach häufig ganz ordinärer Rassismus und nach und nach kam eben diese islamische Komponente vermutlich auch, ich bin jetzt wirklich kein Kulturwissenschaftler, nach eben der islamischen Revolution im Iran, der Zunahme von dschihadistischen Gruppierungen und dem Anschlag vom 11. September immer und immer mehr dazu. Ja und in diesem Diskurs wird da natürlich auch so eine uniforme Masse geschaffen, also dass die Migranten subsummiert werden unter dem Stichwort Muslime, unter dem Stichwort Islam und das auch natürlich mit einer ganz klaren Stoßrichtung, weil es geht hier darum, den Islam als Argument führende Bevölkerungsaustausch, wie das so schön gesagt wird, zu nehmen. Und dass im Sinne einer jetzt verschwörungstheoretischen Anwandlung es irgendeinen Plan geben würde, den Islam hier insoweit zu etablieren und das deutsche Volk umzufolken und zu vermischen, um eben die Identität des deutschen Volkes zu zerstören. Und hier finde ich auch, ist es ganz zentral, gerade auch für uns, die wir uns, wie ihr das, wenn ihr uns verfolgt und in unserer Folge allgemein zur Religion sicherlich auch gehört habt, als Atheisten verstehen, als Menschen, die ganz sicher kritisch dem Islam gegenüberstehen. Diesen antimuslimischen Rassismus, der dort entsprechend aufgebaut wird und der auch wirklich ja mittlerweile als Konzeption genauso herauszuheben ist an dieser Stelle, weil das nicht nur eine Sache ist, die jetzt mal am Rande passiert oder ein Rassismus von vielen ist oder solche Geschichten, sondern genauso wie es einen sehr konzentrierten Rassismus gegenüber Sinti und Roma gibt oder einen sehr konzentrierten Rassismus gegenüber Judinnen und Juden gibt, gibt es das an dieser Stelle auch gegen Muslime in diesen beschriebenen Migrationsbewegungen und der ganzen Entwicklung um den jihadistischen Terrorismus und so weiter und so fort. Interessant finde ich an dieser Stelle und das gehört finde ich auch zu dieser Frage dazu und zum Diskurs um diese Frage dazu, dass genau dieser Punkt aber auch explizit benutzt wird von islamistischen Kräften, um sich als Opfer darzustellen, was man bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch ist, von diesem antimuslimischen Rassismus, aber es wird halt auch benutzt, um sich eben an so eine bürgerliche Mitte und so eine ja wir sind ja ganz normaler Teil von dieser Gesellschaft anzubiedern und als was ganz harmloses zu verkaufen und als was ganz liberales zu verkaufen und jetzt irgendwie so zu tun, als würde man hier mit beiden Füßen in der Realität stehen, die in diesem Land aufgemacht wird. Und das ist natürlich auf der anderen Seite genauso eine sehr gefährliche Entwicklung, die uns auch beunruhigen sollte und die man auch beobachten muss. Und ich glaube, allgemein lässt sich auch noch dazu sagen, dass man diese ganze Frage von Migration, antimuslimischer Rassismus natürlich nicht allgemein von diesem ganzen Unsinn, der gerne eben über Migration so verbreitet wird, eben trennen kann. Und das ist sicherlich auch mal eine Sache, wo wir eigentlich eine eigene Folge zu machen müssten, um mal dahinter zu schauen, warum Staaten eigentlich Migration verhindern, warum Staaten Migration zulassen, wie es denen jeweils nützt, wie Rassismus natürlich da reinspielt. Ansonsten wirkt das ja auch sehr schnell und deswegen funktioniert auch dieses Narrativ von rechter Seite eben so gut, dass das eher dann irgendwie eine Frage ist von weniger oder mehr Muslim, die dann einen Staat möchte. Aber wie es immer so ist, ist das natürlich nicht nur eine Vereinfachung, sondern sehr grober Unsinn, der dann von rechter und nationalistischer Seite dort verbreitet wird. Das möchte ich vielleicht als Abschluss auch nochmal kurz betonen, dass alle Menschen darunter eben entsprechend leiden, die aus muslimischen Ländern flüchten. Also selbst wenn man diesem schwachsinnigen Narrativ folgen möchte, was man auf keinen Fall tun sollte, aber selbst aus deren Ideologie heraus ist das eine grundrassistische Tendenz, die da aufgemacht wird, weil es dann eigentlich ja nicht um die Religion geht, sondern eben um die Hautfarbe der Menschen geht. Und das sieht man eben daran, dass nicht hinterfragt wird, ja woher kommen denn jetzt, was für Hintergründe haben die Leute, sind das überhaupt alles Muslime oder sonst irgendwas, darum geht es denen ja überhaupt nicht. Das ist dann auch natürlich oftmals auch nur vorgeschobener Grund, um allgemein zu sagen, wir wollen ja weniger braune Menschen letztendlich haben. Ja und ihr werdet auch schon merken, in den kommenden zwei Punkten, die wir besprechen, wird das natürlich auch eine enge Verwandlung mit diesem Punkt der Migration haben, weil der häufig auch der zentrale Punkt von dieser ganzen Debatte ist. Und deswegen sprechen wir jetzt als nächstes über den Islam als konservative Kraft. Und wenn wir eben über diesen negativen Marker Muslim für Migranten sprechen, dann geht es ja häufig darum, der Islam als die konservative, rückständige Kraft dieser Gesellschaft, der eigentliche, wirkliche Hauptfeind, wenn es um Fragen wie Feminismus, Queerfeindlichkeit, religiöse Unterdrückung, teilweise auch Gewalt allgemein geht, ist kein Recht da verlegen, die ganzen Statistiken rauszuziehen, die ja irgendwie beweisen sollen, dass es eigentlich immer nur die Muslime sind, immer nur der Islam, der dort als konservative Kraft aufsteht. Und jetzt müssen wir alle in so einer Art westlicher, liberaler, wobei dann eigentlich, wenn man genauer hinschaut, häufig auch konservativer, Volksgemeinschaft zusammenstehen und eben diesen Feind dann beseitigen und durch diese aufklärerische Querfront kommen wir dann in eine liberale Utopie und dann können wir uns ja alle an den Händen halten und dann wird das schon. Das ist auch wirklich spannend, weil das natürlich eine Herangehensweise ist, die wir in ganz, ganz, ganz unterschiedlicher Form immer wieder finden, dass also die internalisierten Probleme, die wir hier in Deutschland natürlich genauso haben, von patriarchaler Gewalt, von Ungleichbehandlung der Geschlechter, von antisemitischen Vorfällen und all diese ganzen Geschichten, dass das ja nichts ist, was irgendwie von außen gekommen ist und jetzt hierhin exportiert wurde oder so eine Scheiße, sondern das war vorher da. Es ist richtig, und das habe ich ja auch gerade schon probiert, so ein bisschen in der Einleitung von der Zusammensetzung auch der Moscheeverbände und so weiter anzudeuten, dass es sehr große Probleme in der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland gibt, was Antisemitismus, was patriarchale Gewalt und so weiter angeht. Das ist ja nicht, irgendwie nicht existent. Das ist ja ein reales Phänomen, dass zum Beispiel schwule Muslime oder Ex-Muslime sagen, ja, nach Neukölln oder so gehe ich halt nicht. Wenn ich nach Neukölln gehe, dann werde ich halt zusammengeschlagen. Das ist ja nicht existent, sondern das ist real. Das muss man noch benennen, das muss man noch thematisieren. Aber zu behaupten, dass das jetzt das einzige Phänomen wäre, worauf sich diese ganzen widerlichen, menschenfeindlichen Ausprägungen herrühren, das ist einfach völliger Bullshit. Sondern das ist ja klar, dass das aus der Mitte auch von der deutschen Gesellschaft her kommt. Ja, das muss man eben so sagen. Natürlich sind das ganz unterschiedliche Ausprägungen davon, aber zwischen AfD, NPD, allgemein latente, sexistische, rassistische, queerfeindliche, antisemitische Haltung in der Gesellschaft, passt ganz häufig kein Blatt mit den ganzen islamischen reaktionären Verbänden und latenten Haltungen in der muslimischen Gemeinde in Deutschland. Und da muss man auch nochmal diesem Narrativ, was dann häufig aufgemacht wird, widersprechen, dass das primär daran liegt, dass irgendwie den Muslimen was inne ist, dass sie, was weiß ich, so einen durch und durch autoritären Charakter haben, dass es daher kommt. Sondern es ist nun mal so, wenn wir uns das anschauen, die organisierte islamische Religion hier in Deutschland mit den ganzen Verbänden ist nun mal viel, viel konservativer und reaktionärer in ihrer Ausprägung als die christlichen Kirchen. Viele verschiedene Menschen aus muslimischen Gemeinden hier in Deutschland stammen aus Regionen, die teilweise noch halbfeudal oder feudal organisiert waren, was natürlich auch immer durch diese Produktionsweise eine bestimmte gesellschaftliche Organisation mit sich bringt. Einige sind in faschistischen oder faschistoiden Staaten groß geworden und sozialisiert. Dass sowas alles Nachwirkung hat in einem gewissen Konservatismus, das ist ja ganz klar. Aber da muss man eben nochmal diesen Leuten widersprechen, dass eben dieser große Marker Muslim aufgemacht werden kann und das ist irgendwas, was den Leuten komplett innerent ist oder es liegt daran, dass jetzt, wie das dann immer mit irgendwelchen Surenauslegungen und so gemacht wird, dass jetzt der Islam von seinem Grundtext her so viel reaktionärer als die christliche Bibel sei. Das sind häufig, meiner Meinung nach, einfach nur Versuche, tatsächlich so klassische, rassistische Lehre jetzt auf so ein modernes, antimuslimisches Setting zu übertragen und da dann einfach so einen Essentialismus bei den Menschen auszumachen. Im Bereich des Feminismus ist es natürlich genauso. Da wird also Feminismus immer groß rausgehängt und ganz groß ins Feld gezogen, wie dann die Situation der Frauen ist und so weiter, wenn es um Muslime geht. Wenn es aber um die Situation der Frauen und der queeren Menschen hier geht, dann sind die meisten ganz kleinlaut. Und da ist es also ganz, ganz widerlich zu sehen, wie die größten Sexisten, die größten patriarchalen Arschlöcher, speziell von rechts natürlich an der Stelle, sich da eben profilieren und herausbilden als die größten Verteidiger irgendwelcher feministischen Werte. Und das ist also völlig, völliger Wahnsinn, völliger Bullshit und das muss uns wirklich zu denken geben. Umso wichtiger, umso wichtiger ist es doch, dass wir auch aus einer feministischen Perspektive diese Themen, die wir auch hier gerade schon angesprochen haben, ja auch besetzen, dass wir diese Themen auch von links besetzen, dass wir auch in unseren Vierteln, die, wenn ihr zum Beispiel auch in Westdeutschland wohnen solltet, die migrantisch geprägt sind, wo eben nicht das Problem ist, wie jetzt halt teilweise in Ostdeutschland, wo es dann ganze Dörfer gibt, die halt von rechts besetzt sind und also von deutschen Nazis und Rechten besetzt sind, sondern wir halt hier eher das Problem haben, dass unsere Viertel von türkischen Nazis oder von Islamisten anderer Couleur besetzt sind, nicht den Fehler zu machen, da die Augen zu verschließen vor der Gewalt, die diese Menschen ausüben, vor den Inhalten, die vertreten werden. Das darf uns eben nicht passieren. Darum geht es uns an dieser Stelle. Absolut. Da dürfen wir natürlich auch nicht einfach nur in so einen Blick von außen verfallen, wie es das natürlich gerade dann eben von rechter Seite gibt, wo man dann einfach im Endeffekt so einen, ja einen eokolonialen, wir sind hier die Zivilisationenblick darauf wählt, sondern es geht aktiv darum, solche feministischen, solche queeren, solche antirassistischen Kämpfe innerhalb der Communities zu unterstützen. Nämlich die Leute, die am krassesten davon selber betroffen sind. Weil das ist ja auch so ein witziges Narrativ, wenn wir jetzt über diese konservative, Islam als konservative Kraft sprechen. Oder eigentlich ist es nicht witzig, es ist absurd und traurig, dass von rechter und rassistischer Seite immer dieses Bild aufgebauscht wird von die Moscheeverbände, die islamische Gemeinde, die versuchen hier irgendwie die Gesellschaft nach ihren Regeln umzustülpen und vor allem dem guten Deutschen an seine Bockwurst zu gehen, dass seine blonde Frau sich jetzt verschleiern muss, dann wollen sie mir auch noch die Kirchenglocken von der Kirche nebenan, wo ich schon seit 20 Jahren nicht mehr gewesen war, verbieten. Sondern es ist ja auch da nämlich gerade so, dass die Moscheeverbände als eine explizite Strategie wählen, primär in ihre eigenen Communities reinzuwirken. Keine Frage, wir sprechen jetzt natürlich über die großen Moscheeverbände, es gibt auch gerade in der salafistischen Bewegung ja einen viel stärkeren Fokus auf Missionierung von Deutschen, nicht nur von Deutschen, auch von anderen Menschen, die eben keinen sonstigen Platz in Moscheeverbänden gefunden haben oder auch generell einfach Nichtmuslimen. Aber bei den großen Moscheeverbänden ist es ja so, dass sie wirklich den primären Fokus darauf legen, als konservative Kraft in ihren eigenen Communities aufzutreten. Und deswegen darf man auch bei diesem Blick darauf nicht darauf verfallen, dass irgendwie islamische Kräfte jetzt versuchen, hier die Scharia in Deutschland einzuführen oder so, wie es dann absurde Erzählungen gibt, sondern dass die Menschen, die am meisten darunter leiden, all jene nonkonform in diesen Gemeinden selber sind. Die Frauen, die nicht reinpassen, die Haram leben, die Homosexuellen, die Transmenschen, die, die sich vielleicht zu einer anderen Religion entscheiden. Oder Atheisten, Sozialistinnen. Wo bieten wir für all diese Menschen, wo bieten wir halt da eine Heimat als deutsche Linke? Da gibt es kaum Verbindungen. Und in den Situationen, in die ich erlebt habe, wo es diese Verbindungen gab, wo dann auch wirklich einzelne Genossinnen meistens in unseren Kreisen dann halt auch aktiv waren oder Teil davon waren, da gab es so krasse Verwerfungen mit, aus meiner Sicht, einer liberalisierten Ideologie, die dann halt in unseren linken Kreisen vorherrscht. Was für einen Blick man auf den Islam hat, weil diese Genossinnen, die dann halt in unseren Kreisen auch aktiv werden, die dann auch aus welchen Gründen auch immer dann doch irgendwo in der deutschen Linken halt hängenbleiben, die haben ja meistens den krassesten und tiefgehendsten Kritik am Islam, die man überhaupt nur haben kann, weil die Leute natürlich halt auf einer ganz anderen Weise halt betroffen und angegriffen sind von der ganzen Scheiße. Ja, die müssen sich ja wirklich ganz häufig genau zwischen einem absolut liberalen Antirassismus aufhalten, der jetzt wirklich nicht als zu weiße Organisation oder linke Kraft zu stark irgendwie dieses Thema angehen will, weil aufgrund ganz vieler Sachen ja irgendwie total schwierig, tut mir echt leid, auch wenn das für dich irgendwie bestimmt ganz blöd war, so die ganzen Probleme zu haben. Oder dann irgendwelchen antideutschen Organisationen, die durchzogen dann von rassistischen Ansichten und Exotisierung sind. Und das ist halt wirklich was, was einfach angegangen werden muss. Wie häufig habe ich eben diese Scheiße schon mitbekommen? Wie häufig habe ich das, wie du gerade schon gesagt hast, eben primär von Genossinnen gehört? Gerne auch dann aus einer kurdischen Bewegung, die dann in die deutsche Linke oder zumindest da ins Umfeld gekommen sind, die dann auf einmal damit konfrontiert sind, ja, wir wollen eigentlich nicht so richtig über Islamismus sprechen, wir wollen nicht so richtig über Boskurz, über türkischen Faschismus sprechen, aber ich finde ich schon ziemlich heiß. Also cool, ich habe noch nie irgendwie eine Kurdin so hier kennengelernt, meistens seid ihr ja eher in euren eigenen Strukturen. Also einfach total widerlich, was diese Menschen dann hier bei uns ausgesetzt sind und da muss wirklich ganz viel passieren, damit das nicht immer so scheiße abläuft. Und dafür braucht es natürlich eine eigene revolutionäre Perspektive auf das Thema und das können wir natürlich auch gerade und eigentlich nur mit unseren Genossinnen, die viel konkreter von der Gewalt, von den Herrschaftsstrukturen in ihrer Community betroffen sind, entwickeln. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem dritten Punkt und zwar dem politischen Islam. Ja, genau das ist ja ein wirklich wichtiges Schlagwort in dieser ganzen Debatte und ihr habt wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar Mal dieses andere Wort rausgehört, Islamismus und das sind ja so diese verschiedenen Begriffe, mit denen da immer gehandhabt wird. Politischer Islam, Islamismus, das Ganze dann als eine Abgrenzung zum Islam, als Glauben selber, manchmal könnte man auch noch sagen islamischer Fundamentalismus, aber was ist das eigentlich, was bedeuten diese einzelnen Begriffe, was denken wir dazu? Also was ich einmal ganz ganz wichtig finde und das sage ich direkt so explizit und so klar von vornherein weg, weil das eine Sache ist, die mich einfach nur ankotzt in diesem Diskurs um den Islam, man kann den Islamismus logischerweise nicht trennen vom Islam und das finde ich so verrückt, dass dieses Narrativ, dass das zwei losgelöste Sachen voneinander wären, das ist ein ganz ganz bestimmendes Narrativ sowohl im liberalen Diskurs als auch in der muslimischen Gemeinschaft selbst. Also wenn irgendwo ein Anschlag ist, wenn irgendwo irgendeine krasse Gewalttat passiert von einem Muslim, der auch entsprechend organisiert ist oder meinetwegen auch nicht, aber explizit Muslim ist und das halt auch so in diesem Kontext seines Weltbildes diese Tat voll übt, dann wird immer gesagt, das ist ein verrückter Einzeltäter, irgendein Irrer, der probiert, seinen Fanatismus jetzt auf den guten, den gewaltlosen, den harmlosen, den friedliebenden Islam zu übertragen und da frage ich mich, hm, irgendwie erinnert mich dieses Narrativ, was da beschrieben wird, erinnert mich irgendwie an andere Phänomene von dieser Einzeltäterideologie, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, ja, bei der Polizei, da gibt es ja diesen einen Bösen und das hat aber nichts mit der Struktur zu tun oder wenn dann halt irgendwo einen, jetzt zum Beispiel ein deutscher Nazi einen Anschlag macht, dann ist es auch immer ja irgendein verwirrter Einzeltäter, es sind immer die gleichen Narrative, immer wieder die gleiche Art und Weise, wie sowas argumentiert wird und wie sowas versucht wird, aus einer allgemeinen Struktur herauszunehmen, aber es ist Schwachsinn, denn das eine gehört zu dem anderen, das eine ist nicht das andere, natürlich nicht, so, der Islam ist eine riesige Weltreligion, wo die krassen radikalen Ausprägungen natürlich nicht im Mittelpunkt davon stehen, aber sie sind in Verbindung mit diesem, sie werden teilweise geduldet, sie werden teilweise hofiert, sie werden teilweise unterstützt, sie sind ja auch nicht einfach nur so eine kleine, unbedeutende Gruppe am Rande, sondern es gibt ganze Staaten, die islamistisch organisiert sind, die Millionen von Einwohnern haben, die Millionen von Anhängern auch im Ausland haben, wo sie aktiv Geld da reinstecken, sind ja alles keine kleinen Phänomene und da funktioniert natürlich auch dieses ganze IS-Ding halt super, dass man eben sagen kann, ah guck mal diese wirren islamischen Staatleute, jede andere Form von Islamismus, die es aber nach wie vor noch gibt, die ist jetzt halt so bedeutungslos geworden, das finde ich einmal wichtig, das zu sagen, darüber hinaus eine weitergehende Definition, fällt mir natürlich auch erstmal nicht so aus dem Stegreif so einfach, aber was ich eben auf jeden Fall weiß ist, dass die Definition vom Verfassungsschutz, der eigentlich sagt, okay, Islamismus beginnt an dem Punkt, wo Gewalt eingesetzt wird, wo aktive Gewalt eingesetzt wird, die ist völliger Wahnsinn und diese Kategorisierung gibt es ja wirklich, diese Wiedereingliederungsprogramme vom Verfassungsschutz oder von dem nahestehenden Organisationen, die probieren Islamisten wieder in die Gesellschaft einzugliedern oder den Ausstieg zu ermöglichen und so weiter, da geht es tatsächlich primär um die Gewaltfrage, also um Gewaltprävention und es geht nicht darum, diese Ideologie zu hinterfragen, die dahinter steht und das ist also eine ganz klare Sache, die man erstmal ablehnen muss, du bist nicht einfach normaler Muslim, wenn du keine Gewalt ansetzt und Islamist, wenn du Gewalt einsetzt. Da gehört natürlich noch eine Menge mehr dazu und das ist viel tiefgreifender. Ja, genau, daran sieht man ja auch, dass diese Unterscheidung, wenn sie jetzt hier so in Deutschland getroffen wird oder ganz häufig auch in anderen westlichen Staaten passiert, dann geht es eben darum, was dem Staat noch selber genehm ist und was nicht. Also das wird ja einmal eben, hast du schon gesagt, unter diesem Stichwort Gewalt gehandhabt, weil das geht natürlich gegen die Gesetze und das macht auch die öffentliche Ordnung so ein bisschen kaputt und das andere ist natürlich die gute alte antidemokratische Tendenz, die sich dann da drin wiederfindet. Genau deswegen sehen wir ja auch, wie diese großen Moscheeverbände hofiert werden und warum man kein Problem jetzt direkt damit hat, dass sie so konservativ, so reaktionär eingestellt werden. Bei DITIP und bei Milli Görisch sieht man dann vielleicht noch die Kritik daran von deutscher Seite, da weiß ich nicht genau, ist das jetzt eigentlich unserem Staat gegenüber loyal? Könnte das hier eine fünfte Kolonne sein, die eigentlich nur für einen anderen Staat mobil macht und deswegen wird sich auch da auf diesen Punkt so stark eingeschossen um diese Kritik an einem Konservatismus, um reaktionäre Einstellung in diesen Organisationen? Darum geht es nicht wirklich. Und genau danach funktionieren diese Kategorisierung. Ich möchte das nochmal bekräftigen, dass es ja kein Randphänomen ist, dass es in so Moscheeverbänden wie DITIP eben immer wieder so Leaks gibt und Auffälligkeiten gibt, wo dann Kinder militärische Paraden abhalten, wo ganz klare antisemitische Stereotype dort aufgemacht werden, wo die Kinder also militärisch erzogen werden, wo sie ganz klar islamistisch erzogen werden im Sinne von, dass der Märtyrer-Tod etwas Positives ist, etwas Gutes ist, was Erstrebenswertes ist. DITIP ist nun mal die Institution, die von Deutschland zentral hofiert wird, die der zentrale Ansprechpartner für den Islam in Deutschland ist. Und da sieht man doch allein schon daran, dass es dort eine Sache ist, die nicht einfach am Rande passiert. Genauso wie das auch in der CDU in Deutschland ist. In der CDU in Deutschland ist Rechtsextremismus genauso Teil. Da gibt es auch die Bierfeste, wo dann über die scheiß Ausländer hergezogen wird und so weiter und so fort. Das ist doch genauso ein Teil davon. Und das meinen wir eben damit. Islamismus entsteht aus der Mitte der muslimischen Gemeinden. Genauso wie der Rassismus in Deutschland aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft entsteht. Ja und wenn dann eben diese Begriffe eingeführt werden, dann geht es ja genau um ein Entpolitisieren von diesen Taten. Da geht es darum, nicht genau über diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, dann zu sprechen, sondern das dann eben als ein allgemeines Problem auszumachen von Extremismus, von antidemokratischen Tendenzen, aber eben nicht darüber sprechen zu müssen, über die eigenen staatlichen Partner, über die eigenen Gemeinden, die man selber gerne hofiert und natürlich auch über die eigenen Probleme. Was ich auch interessant finde, ist, dass es so aus einer liberalen Betrachtungsweise auf den Islam oft ein sehr neutrales oder sehr positives Bild gibt. Also dass der Islam in Deutschland eine ganz neutrale Kraft wäre, mit dem man ja ganz normal zusammenarbeiten könnte und dass er im Prinzip die Leute tun so, als wäre Didib das gleiche wie die evangelische Kirche oder so. Ist es aber einfach faktisch nicht. Das haben wir jetzt ja schon zur Genüge ausgeführt. Und hier wird dann also auch oftmals eigentlich der politische Islam wird als progressive Kraft, als Verbündeter, als Mitkämpfende für eine liberale antirassistische Gesellschaft gesehen. Hier komme ich wieder zurück auf diesen Punkt von, dass dieser reale antimuslimische Rassismus benutzt wird von diesen reaktionären Verbänden, um sich besser darzustellen, um mehr in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Denn es ist auch offensichtlich, dass die großen Moscheeverbände, die dort als Verbündeter beschrieben werden, dass die eine ganz eigene Agenda haben, dass die eine andere Vorstellung haben als diese liberale antirassistische Perspektive von der Gesellschaft. Wenn wir uns, um bei Dilip jetzt einfach mal zu bleiben, angucken, dann können wir uns doch anschauen, was in der Türkei abgeht. Dann können wir uns doch anschauen, was da die gesellschaftliche Vorstellung ist. Und das ist auch die gesellschaftliche Vorstellung, die von diesem Moscheeverband in die Gemeinden getragen wird. Das ist die vorherrschende Ideologie. Und das ist nun mal konträr zum Liberalismus, der hier in Deutschland vorherrscht. Also, wenn wir selbst aus einer liberalen Perspektive darüber reden, ist es ganz gefährlich, sich da entsprechend einzulassen und da auch auf diese Propaganda und dieses Bild, was nach außen gegeben wird, um sich als verlässlicher Bündnispartner in dieser Sache darzustellen, einzugehen. So, und zum Schluss dieses Punktes ist es noch mal wichtig, auf eine Doppeldeutigkeit dieses Begriffes hinzuweisen, wenn eben über den politischen Islam gesprochen wird. Denn wenn eben von rechter Seite davon gesprochen wird, wie wir es vorher schon gesagt haben, geht es darum, der politische Islam meint eine allgemeine Ideologie, die unter allen Muslimen vorherrscht. Aber da kann es eben sehr schnell auch bei manchen Linken zu einer Verirrung kommen. So wie sie vielleicht den Rassismus dann einfach auf eine latente Haltung der Bevölkerung zurückführen, die einfach so existiert und die den Menschen ausgetrieben werden muss. Gibt es auch hier Positionen, die dann einfach nur denken, nun gut, die sind halt eben so. Das ist halt deren Kultur, deren Religion. Wir alle kennen dieses Narrativ. Aber solche Haltungen werden aktiv geschaffen und werden aktiv geschaffen von diesen Organisationen. Das können wir alle sehen in der Zunahme von islamistischen, islamisch-fundamentalistischen Staaten, wie auch immer. Das können wir aktiv sehen in einem Aufbau von faschistischen Strukturen, von islamistischen Strukturen eben von diesen türkischen Moscheeverbänden. Und genau deswegen müssen wir hier unseren Feind ausmachen. Muss hier gesehen werden, dass dort dieser Kampf ausgetragen wird, gegen solche Organisationen. Denn die sind es, die diese Realitäten schaffen. Denn nichts davon kommt einfach von ungefähr und darauf sollten wir uns fokussieren. Also zusammengefasst, wenn wir dann zu Punkt 4 übergehen, bringt uns das in einen konzentrierten Kampf gegen die Oma, oder? Fast richtig, denn gerade das, wogegen ich argumentiert habe, war genau das. Für alle, die den Begriff jetzt noch nicht gehört haben, mit der Oma ist eben die allgemeine Gemeinschaft der Muslime auf der Welt gemeint, so wie man das aus dem Christentum kennt, mit der Christenheit. Und das ist jetzt für eine lokale Perspektive häufig nicht ganz so wichtig wie die anderen Punkte. Und meistens schließt das auch so ein bisschen die Vollendung von dieser Debatte an, wenn wir wirklich am rechten Rand ankommen. Wenn wir von PI News, da weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, oder faschistischen Positionen zum Islam sprechen. Da wird dann ja gerne eben kritisiert. Warum geht der Westen in einen Konflikt mit Russland, mit China? Da sind wir doch eigentlich einer Meinung. Wir alle mögen eben dieses liberale System nicht. Und wir sehen auch die zunehmende Gefahr von dschihadistischen Gruppen ziemlich kritisch. Eigentlich liegt doch unser geopolitischer Hauptwiderspruch zwischen eben dem Islam und dem Westen oder je nach Position dann eben zwischen dem Islam und der gesamten nichtmuslimischen Welt. Und da wird dann natürlich ein Wunsch ausgedrückt nach so einem weltweiten Feldzug gegen die islamischen Hauptfeinde. Warum das aus einer staatsanalytischen Sicht, aus einer anarchistischen Perspektive jedweder direkter Logik und Analyse widerstrebt, das ist glaube ich vielen von euch recht offensichtlich. Was diese Leute sich da wünschen, das hat überhaupt keine reale Perspektive, denn diese Konflikte, die mit China und Russland passieren, die passieren nicht aufgrund von einfach nur irgendwelchen Streitigkeiten über Ideologie, sondern das ist halt einfach die Konkurrenz unter den Staaten, die sich dann in solchen Kriegen und Konflikten ausdrückt. Was diese Leute wirklich im Endeffekt eigentlich fordern, ist ein neokoloniales System, was dann auch Völkermörde bedeuten würde. Deswegen, wenn Leute euch da irgendwann mal begegnen, die wirklich solche Positionen vertreten, aller ja, aber wir sollten doch gar nicht jetzt hier als Deutschland, als Westen gegen unsere eigentlichen Waffenbrüder da kämpfen, eigentlich müssen wir doch die Muslime platt machen, dann solltet ihr, ich denke, das ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit hier gerade für euch, die hier zuhören, solltet ihr dem sehr, sehr entschlossen entgegentreten. Ja, die primären Feindstaaten, die da so ausgemacht werden, in diesem geopolitischen Feldzug, sind Saudi-Arabien, die Emirate, die restlichen Golfstaaten und dementsprechend natürlich auch die weltweit beeinflusste junidische Bevölkerung. Je nach Prägung wird dann der Iran mit reingenommen oder rausgelassen, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil nun mal der Iran natürlich auch so eine, ja, in großen Anführungsstrichen anti-imperialistische geopolitische Rolle erfüllt und da immer so ein bisschen gesehen wird, wenn man da an zum Beispiel auch die DKP denkt, die ja immer dann groß den Iran auch abfeiert oder auch tatsächlich teilweise zum Beispiel die Rechte hier bei uns in Dortmund, die haben auch schon mehrere Solidaritäts-Graffitis für den Iran und so gemacht. Sind, glaube ich, sogar mal in den Libanons zur Hesbollah gefahren. Ja. Allein daran merkt man jetzt schon genau, dass auch dieses Narrativ, selbst dieses Narrativ oftmals gar nicht funktioniert, sondern auch da in einem rechten Kontext so ganz, ganz krasse Verirrungen und Verwirrungen und so weiter gibt. Aber gleichzeitig sieht man natürlich auch, wie dann teilweise sich Ideologien auch nahestehen. Das ist ja auch etwas, was wir hier nicht vergessen dürfen, dass die Verbindung von deutsch-nationalistischen, von faschistischen Strukturen mit islamistischen Strukturen also definitiv eine ist, die es immer gab in irgendeiner Form, in irgendeiner Intensität und es da auch diverse Überläufer und hin und her gibt. Also durchaus auch Ideologien, die sich da nahestehen und die ähnlichen Interessen auch verfolgen und bei der Rechten sieht man das dann ja ganz gut, dass sie dann an der Stelle sich auch einen mächtigen Verbündeten mit dem Iran uns gesucht haben, der wir hoffen, wenn ihr diese Folge hört, in dieser Form ja nicht mehr existiert, als brutales Mullah-Regime, weil wir nehmen diese Aufnahmen jetzt am 29.09.2022 auf und wenn ihr später zum Beispiel diese Folge in zwei Monaten oder so hören solltet, vielleicht gibt es den Iran in der jetzigen Form gar nicht mehr, sondern die Menschen dort haben sich entsprechend von der diktatorischen, der islamistischen Barberei befreit. Falls der Kampf noch weiter geht, halte Stand, rot-schwarzes Teheran. Was ich dann nochmal wichtig finde, dazu zu sagen ist, dass in so einer linken Kritik dann oft auch trotzdem diese Staaten irgendwo so ein bisschen hinten rüber fallen, was ganz interessant ist, weil der Fokus ist dann eben sehr stark auf USA, meinetwegen teilweise auch dann noch auf China, je nachdem, wer man jetzt fragt oder so und das ist ja auch alles richtig, wir haben ja auch in unserer Folge zum Imperialismus beschrieben, dass also da die NATO, die USA, China und sicherlich auch Russland dort Vorreiter in der imperialistischen Machtausübung sind, aber wir dürfen auch die islamischen Golfstaaten dort nicht vergessen und außer Acht lassen, weil was von dort für eine, ich sag's jetzt einfach mal, kriminelle Energie ausgeht. Das ist ja schon ein Begriff, meine Güte. Ja, das war jetzt einfach nur so eine eigenartige Formulierung, die mir so im Wortstamm aufgeploppt ist, Grundlage einer bürgerlichen Prägung oder so. Vielleicht kann man es ja etwas anders formulieren, wenn wir eben darüber sprechen. Warum diese Staaten ja jetzt dann gerne auch mal ausgemacht werden als Hauptfeindstaaten liegt natürlich auch irgendwo an der reellen Bedeutung, die sie für den weltweiten Islamismus haben, weil Saudi-Arabien, die Golfstaaten, das sind einfach sehr, sehr große Geldgeber für internationale islamische Organisationen, so wie es beispielsweise die Vereinigten Staaten für christlich-fundamentalistische Organisationen auf der ganzen Welt sind und natürlich haben wir auch mit dem Iran dann noch mal einen bedeutenden Geldgeber für entweder dem Iran angegliederte sunnitisch-islamistischen Bewegung, aber auch den weltweiten schiitischen Dschihadismus. Ja, mit der Kriminalenergie war nun ein Joke jetzt gerade, aber worum es mir eigentlich primär ging jetzt gerade ist eigentlich auch speziell was für eine Verelendung, was für einen Tod sie über die gesamte Region eben bringen, wenn wir in den Irak gucken, wenn wir nach Syrien gucken und so weiter, da haben sie auch überall ihre Finger mit im Spiel und sind einer der, sind halt die Player, die halt auch mitspielen und gegeneinander spielen die Menschen gegeneinander auftreiben, muss man einfach so benennen und muss man auch ganz klar ins Feld führen und das sind dann auch nochmal zwei getrennte Sachen und da müssen wir genau wie bei all diesen Punkten eben eine eigene Analyse, eine eigene Kritik, eine eigene revolutionäre Perspektive drauf haben. Ja, und da ist es noch mal wichtig zu sagen, eben bezüglich dieser ganz konkreten Folgen, die das hat, dass im Endeffekt das, was der Iran und Saudi-Arabien und die Golfstaaten da mit ihrem lokalen Konflikt machen, dass das eben mit dieser nationalistischen Mobilmachung, die wir im Ersten Weltkrieg hatten, gar nicht so ein großer Unterschied ist, dass hier eben diese Unterschiede zwischen der sunnitischen und der schiitischen Bevölkerung gegeneinander ausgespielt werden in diesen ganzen Staaten, um diese Interessen in der Staatenkonkurrenz zwischen denen dort durchzusetzen. Und das ist ja vielleicht auch was, was wir so ein bisschen jetzt mal hinten drüber haben fallen lassen, wenn wir uns das angeguckt haben. Wenn wir uns das angeguckt haben, wie auch die deutsch-türkische Diaspora von der Türkei eben für ihre staatlichen Zwecke benutzt werden und da dann einfach noch dieser latente muslimische Glaube, der hier dann weitergeführt wurde, dann eben genau dafür instrumentalisiert werden kann. Wie zentral auch dann im Islam genauso wie in allen anderen Religionen eben diese Verbandelung mit dem Staat ist und diese Wichtigkeit, daraus eine Staatsideologie zu schmieden, häufig dann noch in einer Verbindung mit einem jeweiligen ethnischen Nationalismus. Und das darf man wirklich bei diesen ganzen Sachen nicht vergessen. Und das ist ja auch so witzig, dass so viele, die sich gerade dann eben als die großen Islamkritiker ausmachen, eben das hinten drüber fallen lassen, weil es auch ihrem eigenen staatlich-nationalistischen Narrativ widersprechen wird. Und genau da müssen wir dann auch eben als eine anarchistische Kraft anpacken und genau diesen Punkt auch nochmal nach vorne bringen. In diesem Sinne, es ist fast ein bisschen traurig, dass auch in der heutigen Folge wir so viel eigentlich über die Position der politischen Rechten gesprochen haben. Wenn man sich das anguckt, wir haben einen Großteil der Zeit haben wir eigentlich darüber geredet, was die Rechte sagt, was wir dazu sagen, wie wir dem begegnen, diesem Narrativ. Und das zeigt doch schon, wie dominant der Rechte-Diskurs in dieser Frage ist. Was das für eine Leerstelle für uns in diesem Sinne ist, dass wir keine eigene Position im revolutionären Sinne dazu haben. Wir haben eine Position dazu, die ist aber mehrheitlich einfach vom Liberalismus geprägt. Und das dürfen wir eben nicht mehr einfach weiter blind verfolgen. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen mit unseren Brüdern und Schwestern, die sich dem Islamismus hier oder woanders auf der Welt, wie jetzt im Iran entgegenstellen. Dort müssen wir zur Seite stehen. Dort müssen wir zusammen Kämpfe entwickeln. Müssen wir zusammenwirken. Und nur dann, wenn wir uns auch entsprechend positionieren, wenn wir eine entsprechende Eigenanalyse entwickeln, wenn wir ein eigenes Programm zu dieser Frage merkbar in die Gesellschaft tragen, dann werden wir auch sehen, wie viele Menschen es auch aus der muslimischen Community gibt, die genau danach auch suchen, die genau diesen Anschluss brauchen, die genau Kämpfe dazu führen wollen, aber die eben isoliert sind in dieser Frage und oftmals dann auch der Gewalt der Community dann auch vorherrscht, gegen sie alleine gelassen werden. Und deswegen wollen wir in unserem zweiten Teil zu der Frage des Diskurses um den Islam in Deutschland noch einmal genauer eingehen auf die Debatte, die innerhalb der Linken zu dieser Frage geführt wird. Und wir werden uns noch einmal genauer anschauen, wie unsere Position bezüglich Religion und Islam aussieht. Ja, und bis dahin hoffen wir, dass wir mit der heutigen Folge genau diesen Anstoß für eine eigene linksradikale und anarchistische Position zu diesem Thema bieten konnten. Ja, unterstützt unsere Arbeit, verbreitet die Folge wie immer und hoffentlich sehen wir einige von euch dann auch im Livestream das Thema. Lädt ihr dazu ein, zu einer lebhaften Diskussion. Wir hören uns bald wieder. Auf bald. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. 滸inen.